allerdings und warum wir können natürlich auch was anderes mitnehmen was noch der match raushaut vielleicht ein santa gut aber wenn santa in die hinteren teile base progt na gut wenn er glücklich in die mitte progt dann hat man sie ja fast wenn man vorher 30 prozent hat ja und was ist diese kombi wenn er denn wenn du deinen eigenen rudy mitnimmt ist extrem squeeze der total schnell zerfetzt da würde ich tatsächlich glaube ich lieber mal eine runde santa versuchen dann macht es santa oder droide aber santa kann ich mir auch schon gut vorstellen stimmt ruide gibt ja auch noch mal der mensch barf war rolle santa ist ja aber auch auf 7 von 10 super aber erst die wo und hatten sie mal ballwerk drauf so es ist ja so ist es raus santa drinnen jetzt wird schon wieder anstrengend 20 minuten haben wir doch alle die schaffen wir jetzt mal mit mit michael jetzt denke ich mit mich ja okay dann sagte ich dir ändere mal den pet bitte von wem denn von michael so pet mach auf michael diesen jule fang truff michael war hier in der mutter ok also michael raus und michael so worauf auf den jule fahnd genau da wo jetzt ein anwes und dann kann santa kann hier vorne erst mal so das reicht doch schon das denken wir mit michael hat er für die akkiken bei dir oder so ein defensiv talent für akkiken das löst eigentlich alles löste dann auch vorher auch aus bauftet auch denn die eigenen helden mit wenn du den als erstes setzt oder sind die dann schon zu spät ich glaube es ist zu spät schon mit mit gargoyle natürlich wir gucken mal bei der macht dann kommen die definitiv alle nach so bis auf santa so ein prozent truppen sechs prozent der mensch bar 42 44 war sie da und santa hat es gerockt sein proki hat die noch weggeräumt echt ja wahnsinn er hat vor allem die mitte geprockt geil er hat hierhin geprockt müssen wir uns noch mal in ruhe angucken aber wer mit astra astra glück wo und